willkommen zu diesem neuen video es ist anfang januar ein neues jahr hat begonnen und somit wünsche ich euch ein frohes neues jahr ich hoffe dass alle eure wünsche in erfüllung gehen und ihr gesund bleibt dieses jahr ich habe mich heute für eine kleine motorrad tour entschieden zum aussichtspunkt tagebau hambach terranova falls es dem ein oder anderen was sagt und wenn ihr dabei bleiben wollt dann könnt ihr es gerne machen viel spaß bei diesem video das wetter heute ist vergleichsweise gut in den letzten tagen hatten wir sehr viel regen das ist heute nicht der fall gestern war ich mit dem mountainbike eine kleine runde hier bei mir in der umgebung unterwegs und ich sage euch es hat sowas von geregnet ich bin so nass geworden der wind hat von links nach rechts gepeitscht eigentlich wollte ich auch eine kamera mitnehmen ich habe es dann nicht gemacht es wären vielleicht ein paar lustige szenen draus geworden und an dieser stelle kann ich euch vielleicht über ein paar pläne schon mal unterrichten für dieses jahr ich plane eine motorrad tour im april richtung frankreich da werde ich durch die städte logan, verdun, hattonville, gérardmeer und dann runter zum schwarzwald fahren und im schwarzwald werde ich dann ein paar sterntouren machen die tour wird ungefähr eine woche lang gehen und wenn ihr dabei sein wollt dann könnt ihr den kanal gerne kostenlos unten abonnieren ich würde mich auf jeden fall selber ein abo freuen und um euch mal ein paar informationen über das wetter zu geben also ich habe nur eine motorradjacke an einen pullover drunter eine motorrad hose zwar gefüttert aber ich muss sagen für anfang januar ist es auf jeden fall sehr warm und wie ihr seht ist auf den straßen heute ziemlich wenig los und so macht das motorradfahren doch wirklich spaß ich hoffe euch gefällt es genauso gut ich bin ja Das ist ziemlich billig, deswegen hoffe ich, dass der Thron trotzdem gut ist. Ich bin jetzt hier angekommen und zeige euch jetzt mal ein paar Eindrücke. Wie ihr seht, ist es doch schneller dunkel geworden als erwartet. Wenn ihr das Video bis hierhin geschaut habt, dann vielen Dank dafür. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und von daher würde ich sagen, bis zum nächsten Video.